Hey, Donnerd und YouTube, Mario Kart 8 und Kies! Wunderschön, einfach nur wunderschön gesagt. Dankeschön. DSDS wartet. War das jetzt zum ersten Mal im 50 Part ein nettes Wort von dir? Du könntest Dieter Bohlen gefallen. Du könntest ihm wirklich gefallen. Bin ich jung? Du bist jung, blond und dumm. Legal. Geil. Du bist doch blond, oder? Ja, absolut. Lange blonde Haare. Lange blonde Haare. Okay. Unentschieden, weil in der letzten Folge keine Chance gegen seine Schläger. Ey, hier wird es so hart gedrängelt. Oh Gott! Das gibt es nicht! Er hat drei Bananen! Er hat drei Bananen! Ich bin hinter dir, also... Der Wurm ist drin. Ich war ja dafür, die Lobby zu wechseln, aber Quenny hat gesagt, nee, 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 du. Wenn schon alles. Oh Gott, ich muss mich hier mit dem anlegen, dem blau-roten... Okay, der trifft mich. Nicht? What? Jetzt schieß doch mal hier deinen roten. Nicht, schieß ihn nicht! Ich hab keine Zeit für solche Scherze. Nein, und keinen Bonus bekommen. Und Quantum da vorne. Und der rote, jetzt schießt er ihn. Zufälle? Nö. Das gibt mir hier mal eine Münze. Was ich auch immer sehr verdächtig finde. Du und Renfurtz, ihr fahrt immer hier synchron nebeneinander. Also... Das sind deine... Also normal ist sowas nicht. Ups. Oh Gott, wer hat hier die Pflanze? Renfurtz! Die Pflanze, das gibt's nicht. Doppelfurtz! Oh, ich werde hier abgedreht! Wahnsinn, was hier wieder stattgefunden hat! Das glaubt doch kein Mensch mehr! Hey, Wahnsinn, wo der Erste ist! Ich sollte diese Map ausmachen, das frustriert ja komplett. Wahnsinn! Ich konzentriere mich jetzt! Oh oh! Ich konzentriere mich jetzt! Oh Gott, Bomben! Ich konzentriere mich nicht mehr! Ich wiederhole, ich konzentriere mich nicht mehr! Du hast dich komplett auf die Bombe! So, letzte Runde, was passiert jetzt noch alles hier? So, schießt ihn doch ab! Schießt ihn doch ab! Hört doch auf mit dem Rumschießen! Ich bin gegen Gewalt! Lüge! Oh, kein Bonus bekommen im letzten Rennen! Das ist jetzt wieder natürlich... Oh Gott, und da kommt der rote Panzer! Yay, gut gemacht! Wieder seine Schläger! Oh, shit! So, hier! In deinem Windschatten! Oh, komm! Oh, fuck! Ich werde noch... Nein! Yes! Nein, der rote Panzer! Nein! Oh, fuck! Fuck! Du hattest noch den Panzer, du... Brunzbichler! Shit! Was für ein Rennen, sag ich euch! Also, so viel getrennt, wie geschossen! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Du hattest den roten Panzer und dann eine Banane anschließend hinter dir? Erzähl doch! Da hab ich doch gesehen, wie geht denn das? Scheiß! Der rote Panzer, der war legal und fair erworben! Aber da war nur ein Bonus davor! Mhm, ja, sicher! Ja, klar! Und dann schießt du rot... Und dann hab ich doch gesehen, dass du hinten noch eine Banane hast! Ich hatte keine Banane! In deinem Kopf hatte ich vielleicht eine Banane! Da ist sie wieder! Deine Banane, die du dir dauernd irgendwie einredest! Ja, ich hab was... Weil du von deiner Mutter früher in der Kindheit nur mit Bananen gefüttert wurdest, ist das ein Zeichen von Sicherheit für dich! Das muss man analysieren, dieses Video nochmal! Mich hat es freut! Ne, 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 da war irgendwas ganz komisch! Da wird nichts analysiert, das war alles rechtens! Anscheinend kann Keys zwei Boni stacken! Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber... Einen auf dem Kopf und einen hinter mir! Seltsam, seltsam! Oh Mann, hol dir doch endlich eine Brille! Und kämm dir doch mal deine blonden Haare aus dem Gesicht! Oh Mann! So, jetzt macht den Typen doch hier mal... Gibt es nicht wieder keinen Bonus? Weißt du, was mal ein feiner Zug wär? Oh Mann! Was war denn das hier? Wahnsinn! Gott! Alle fahren in mich rein! Also Leute! Rechts vor links, ja? Du bist ja wieder auf dem Bike unterwegs! Ich bin hinter dir, hallo! Geh weg hinter mir! Keine Sorge! Oh, jeder hat das nur rote Panzer, Jodos! Nur rote Panzer! So, verdient wieder fort! Seltsam, seltsam, seltsam! Und Boni weggenommen! Ich bleib aus! Oh Mann, wie ich ihm gerade wirklich... Nein! Es gibt es nicht! Wie viele rote Panzer gibt es denn in... Was denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Sondern der erste Fetter ganz gemütlich seine Runden und langweilsig? So sieht's aus! Oh, ich bin erster! Na gut! Was? Ja! Was? 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 Komm, bist du denn auf einmal erster? Quantum! Leg dich nicht mit mir an! Und da kommen sie, die roten Panzer! Ach komm! Und ich bekomme ne Münze! Wow! Das ist... Und der nächste rote Panzer! Oh, ich wusste den verdammten Ding von mir! Und der Bumerang! Ich komm nie wieder... Mach ihn fertig da hinten! Der nächste Bumerang! Mach ihn fertig! Komm schon, lass mir doch ne kleine Chance! Mach den fertig! Oh fuck, die letzte Runde! So, kann ich nur auf... Ja, blauer Panzer, gut! Okay, blauer Panzer natürlich! Ich bin neunter! Du hast gewonnen, du hast gewonnen! Und die Leute kommen und ziehen um hier vorbei! Es ist kein Bonus! Verflucht! Zehnter! Roter Panzer hat mich jetzt erwischt! Wow! Bin schon wieder hinten! Bin schon wieder hinten! Wir streiten uns gleich um die letzten Plätze hier! Jetzt gib mir einen Blitz! So! Oh man, das gibt es doch! Ich seh nix! Konzentration! Ich seh nix! Boah, ich sag's dir, wenn ich einen hasse, dann diesen Rennfurz! Und er geht direkt vor mir ins Ziel! Ich konnte... Gott sei Dank nur! Ich konnte es nicht mehr aufschließen! Holy shit! Ey, was ist das hier für ein Massaker? Ganz ehrlich! Unmöglich, da irgendwie nach vorne zu kommen! Weil du wirst dauernd bombardiert! Dauernd! Das sind sehr gewalt... Äh... Hört doch auf! Hört doch auf mit der ganzen Gewalt! Give peace a chance! Du könntest da als erstes mit vorbildlich anfangen und diese Items nicht benutzen! Kees, wie wär's damit? Ich hab keine andere Wahl! Die Industrie zwingt mich dazu! Ach, Mitläufer! Das Lobby von Nintendo zwingt mich dazu! Mitläufer! Nintendos Waffenlobbys! Die sagen immer, nimm die Kanone-Keys! Ach, die fucking Map hier! Ich glaub, ich hab hier noch nie... Ah, okay! Ja, die schreib ich jetzt schon ab! Sprache und kauft sich den ersten Platz! Und kein Bonus! Hast du was bekommen? Ne Münze! Das ist was, glaub mir, das ist was! Kleinvieh macht auch Mist, verstehst du? Ja, ich verstehe! Oh, er klaut mir den Bonus! Oh, das ist gut, dass ich das direkt... Und hat natürlich einen roten! Komm her, komm vor mir jetzt! Komm vor mir, Kies! Komm vor... Fahr vorbei! Ich behalte mir den jetzt auf, nur für dich! Oh, der Sack! Nein! Yes! Ich sag... Was? Oh mein, diese Boosts bei dem Auto sind ja unter aller Sau hier! Ey, ich bin immer noch Zehnter! Ich komm ohne Scheiß nicht mehr nach vorne! Man kommt irgendwie echt nicht mehr nach vorne! Und da kommt der nächste Rote! Natürlich, er trifft mich auf der Wiese und schon wieder bin ich hinten! Oh, ich seh nix! Oh, shit! Ah, ich fahr auf die Wiese! Oh, fuck! Wo ist er denn? Eine Rakete schießt in mich rein! Reinfurt haut mich nieder! Wow! Nein! Na, du bist schnell auf dem Bike! Scheiße! Ich bin siebter geworden oder bist du sechster geworden? Ja! Fuck, wie kann das ein Bike... Ja! Okay, ich hab mit diesem Scheiß-Politen überhaupt keinen guten Boost! Wie steht? 2-1, ne? Noch ein Rennen haben wir! Komm schon, jetzt bitte! Ich hab so viel Pech und so viel Leid! Was Pech? In dieser grauenhaften Lobby! Diese blöde Rakete, die mich abgeschossen hat! War ja einer von dir! Warst du das nicht mit einer Rakete vielleicht sogar? Nein, nein, nein! Ich hatte nur Pilze! Ich hatte nur Pilzkost! Ja, ich hatte eine sehr einseitige Ernährung da hinten! Auf den letzten Plätzen! Oh, oh! Das ist doch deine Karte! Da bist du doch immer chronisch Erster! Ja! Da bist du immer Erster! Exakt! Komm schon! Es gibt noch Hoffnung! Oh, Mann! Es gibt noch Hoffnung! Nicht mit den Boliden! Ich seh schon... Müssen das Fahrzeug wechseln! Ich muss mit der Technik sprechen! Ich fahre auf Schwamm! Ich fahre auf Schwamm! Oh, mein Gott! Nein! Oh, 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 oh! Wow! Ich seh ihn da vorne! Halt ihn doch weg! Gott! Kein Boni! Schaut euch! Wie sie mich alle leicht... Die wollen mich nur berühren und ich flieg 10 Meter von der Dinger unter! Das ist doch zum Kotzen! Hier wird zu hart gedrängelt! Hier wird zu... Nein! Oh Gott, natürlich! Dieser dämliche Windschatten fegt mich raus! Sei doch mal ein Mann, Mario! Lass dich dich von hier immer umschubsen! Und ich bin 11 da! Wahnsinn! Also ich hab wirklich... Also... Die Lobby hier! Die Lobby hier! Ach Gott, was ist denn, Mario? Was machst du? Und ich bin letzter, oder was? Ich bin letzter, fast! Da können mich gleich wieder alle überholt, ja? Und zwei rote Panzer! Ja, aber keiner hat dich getroffen! Jetzt gibt mir noch mal mehr als Pilze! Oh Gott! Ich muss in den Stern-Typen reinfahren, hier! Aber du hast die Boost! Also reg dich mal hier nicht auf! Ja, du Simulant! Die Show kauft dir schon lange niemand mehr ab! Wieder kein Boni! Also... Eine absolute Katastrophe! Was hier abgeht! Was hier für... Wer hat den Stern? So, so! Oh nein! Oh, diese Unfähigkeit hat man jetzt schön gesehen! Der Stern hat aufgehört, ne? Und dann hast du ja ein anderes Fahrgefühl! Ja, 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 ja! Total unfähig! Total unfähig, der Typ! Total... Was? Total, das sieht man mal! Ohne Boni, ne? Flick da einfach von der Map raus! Ich bin ruhig hier, Quenny! Mit deinem Superboost! Was geht denn hier schon wieder ab? Aus dem Weg! Absolute Hölle hier! Für mich bin ich absolut blind! Geh! Bleib hinter mir jetzt! Schieß den Typen ab oder mach irgendwas! Das kann ja nicht wahr sein! Gedrängt! Oh Gott, jetzt werde ich wieder abgeschossen hier! Hör auf mit dem Bumerang! Hab ich dich erwischt! Gut! Perfekt! Oh Gott, das sind ja das... Geh weg jetzt! Oh, schieß den ab! Schieß den ab! Gib mir einen Bonus! Komm schon, komm schon! Er hat natürlich hier wieder Boost! Yes! Und ins Ziel! Komm schon! Komm schon! Nein! Oh Mann! Unentschieden! Boah! Halleluja! Das ist eine viel zu krasse Schlägerei hier gewesen! Also das ist ja so anstrengend hier zu fahren! Mann, 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 Mann! Er wieder mit seinen drei Pilzen! Es ist immer so! Immer vom Ziel hat der Mann drei Pilze! Mimimi! Mimimi! Ich hab Raketen zum Schluss! Hier ist so ein DLC! Deswegen sehen wir uns auch in der nächsten Folge! Ich muss ganz schnell zum Bankautomaten! Und... Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.